okay wir machen auch die schneide es dann raus warte jetzt los nicht nicht dazwischen reden jetzt wird lustig 123 los wassermelonen die sind so erfrischend wie sommerregen wassermelonen komm doch da David du musst jetzt nicht kannst du bitte kommen ich möchte dir sagen der haut ab was ist hau doch nicht ab so erfrischend ok stopp ok stopp